Der METOR – das Multitool. Vielseitigkeit in einer neuen Dimension. Der METOR ist die Antwort auf permanent wechselndes Material. Optimal anpassbar bietet er mit seiner störstoffresistenten Zerkleinerung ein sehr breites Einsatzspektrum. Sowohl kleinere Volumenströme als auch Spezialfraktionen können mit ihm schnell und effizient verarbeitet werden. Wir bei Doppstadt haben uns den Anforderungen unserer Kunden angepasst und haben eine völlig neue Maschine geschaffen, ohne Kompromisse einzugehen. Dabei war das Ziel, nicht nur einen weiteren Zerkleinerer zu erschaffen, sondern ein universelles Recycling-System. Die Möglichkeiten, den METOR an die unterschiedlichsten Anwendungen anzupassen, machen ihn so vielseitig wie keinen anderen auf seinem Gebiet. Er ist in sehr vielen Verfahrensschritten des Recycling-Prozesses einsetzbar. Der METOR steht für Effizienz und Flexibilität und findet als multifunktionales System so in sehr verschiedenen Aufgabenbereichen seinen Einsatz. Selbst Sonderschargen werden mit ihm einfach und wirtschaftlich verarbeitet. Der METOR – das Multitool. Vielseitigkeit in einer neuen Dimension. In kürzester Zeit eine komplette Maschine umzurüsten, ist mittels einzigartigem Walzenwechsel, leicht händelbaren Werkzeugen und Kammleisten ganz einfach und schnell möglich. Der METOR kann zudem zwischen drei unterschiedlichen Zahngrößen umgestellt und an seine nächste Herausforderung angepasst werden. Vom Antrieb bis zur Trägervariante, als Hakenliftaufbau oder mit Kettenfahrwerk. Der METOR liefert individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen. Durch die einfache Kombinierbarkeit mit anderen Maschinen, wie zum Beispiel dem Selektor mit Spiralwellendeck, bietet der METOR den Anwendern zusätzliche Möglichkeiten, dessen Einsatzspektrum gewinnbringend zu erweitern. So liefern die mobilmodularen Anlagenkonzepte von DOP-Stadt bereits heute Lösungen für Ihre zukünftigen Herausforderungen. Smart kombiniert, zukunftssicher aufgestellt. DOP-Stadt hat Recycling neu gedacht. Der METOR – das Multitool.